Willkommen zurück liebe Leute zu Let's Play Yossi's Valley World. Ja, der letzte Part hier mit dem Level war ja ein restiger Krampf, aber mit Welt 2.4 geht es jetzt weiter und ich bin zuversichtlich, dass wir das gut hinbekommen. Oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Kombis. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ja, um was geht es mir da will? Ah ja. Ja. Mal wieder. Auch große Walle. Und hier ein Platz, wo ich nicht durchkomme. Ah ja. Wo wir mal an die andere Seite rein. Vielleicht hilft dir das. I mean, who knows. Ein I know, den ich so. Und jetzt erst mal, dass wir Cooperlinge hier haben. Ja, das wird intelligent. So. Hier geht es mir mal weiter. Naja, inwiefern. Hier gibt es noch ein paar Items. Und das ist es. Aber das ist immer ganz gut. So, jetzt ist es nur die Frage. Alle Fragen. Wege mal hier vor. Und ich glaube, es hat so eine Idee. Ne, kann aber nichts öffnen. Ne, das nützt auch mir nichts direkt. Das heißt, hier geht es schon mal de facto nicht lang. Nun, die logische Frage. Wo geht es denn eigentlich entlang? Oder muss man hier etwa diese Pflanzen töten? So. Und die letzte. Er wisst mich. So siehst du aus, Pflanze. So. Sehr schön. Hm. Sehr schön. Aber hier geht es irgendwie nicht weiter. Vielleicht ist da. Ah. Ich habe gerade einen Geheimweg entdeckt. Ne. Hat es gerade geblitzt? WTF? Ich glaube, ich hätte gerade 1000 geblitzt. Als ob. Hört ihr das? Das ist einfach mal im Winter ein Gewitter, Alter. Das Fenster aufreißen. Ich finde, es ist lustig, dass wir im Winter Gewitter haben. Also, es ist ja nicht mehr Winter, aber halt auch noch nicht wirklich Frühling. Ja, also, ich weiß ja nicht. Ich möchte mich nicht so zufrieden werden. Und ich frage ich eher, wo geht es hier weiter? Ich habe keine Idee. Irgendwo muss es definitiv weitergehen. Die Frage ist nur, wo? Ich meine, hier gibt es ja auch nichts mehr ab... Ah! Das heißt, da wäre was gewesen, das ist gerade. Aber vorne noch nicht da, ne? Hö. Das macht de facto gerade nicht viel Sinn. Ich sehe es schon. Wir hätten es wohl noch jeden Tag ein Level... ...kriegen können. Das finde ich sehr toll. Nicht? Wo geht es hier weiter? Das kapiert kein Mensch. Wirklich, das... Kapiert einfach kein Mensch. So, aber ich habe es jetzt besser. Oder vielleicht so. Ich glaube, so hat man Mist. Okay, es war jetzt ja keine Veränderung. Aber ich habe es jetzt besser. Oder vielleicht eher jetzt. Oder jetzt. Nee, aber jetzt. Ja, so ist es gut. Ich möchte, dass wir beim Mikro einstellen. Das habe ich jetzt getan. Und das ist schön. So. Ja, schön. Aber hier geht es weiter. Ich habe keine Ahnung. Weil man sieht hier einfach nix irgendwie. Wenn ich wieder die da komme, ist es halt geil. Man ist ja auch, ich kann ja nicht das Wasser fließen, ne? Ah! Ich gehe trotzdem nicht durch. Das nötige gerade auch nicht viel. Hm. Wie geht es hier weiter? I don't know it. I don't know it. I'm hating it. Ah ja, wir lagen da gerade ganz so falsch. Und ich bin blind. Man sieht es schon. Ich muss einfach hier das aufs Nürn. So ist es weiter. Weil ich es mir gesündet habe, wieder ein bisschen was in Wolle hole. Dann wird das bisschen was wieder auf Vorrat habe. Und dann. Ja. Ich würde den gerade eigentlich treffen. Aber es ist ein Meister, wo es lang geht. Und dementsprechend ist eine Sache von 30 Sekunden, um überhaupt wieder zum Ort hinzukommen. Dementsprechend ist dies hier. No problem. So, ich brauche die. Halt. Ich brauche das. Und die muss man das abschließend wegbekommen. Jetzt kann man hier runtergehen. Weil ich weiß, dass ich einfach mal neue Ball holen sollte. Ich bin jetzt eigentlich nicht hoch. ��genstand. Dann haben wir einen Blick. Halt. Jetzt hört. Na, von versuchen einfach mal erst. Denkt gerade auch nur so, alles klar. Hoch. Hoch. Höher. das ist die faktische steigerung von hoch hoch höher höchst hoch höher höchst jetzt nicht mehr beseit ja ich weiß nicht wenn ihr schaut um ja jetzt hat er sehr schön dann ist er freist bald die aber nintendo switch präsentation oder nicht die selbst präsentation sondern die nehmen die games für die die in die games in die shop vor stellen werden das ist für mich persönlich die ente hallo wie es tut es wird die weg bewegen du hast noch ich kann ich kraft ist auch so wie ich eine noob hier keine wolle mehr als heiße egal was mache ich denn jetzt leck mich ich bin ein bisschen aktiv habe keine wolle mehr ach so es kann koopas essen ach das bringt mir aber nix was oh nee ich hasse das wieder von vorne ich glaube jetzt freist euch nicht genauso an wie gestern na gut auch nur weil ich ein paar gestern noch aufgenommen habe ihr seht es es ist man könnte wieder aggression und ausraster bekommen nachher jetzt ein paar vier morgen aufnehmen soll also wenn ihr uns heute im heutigen tag weil es damals besser drauf bin und das ganze dann hallo geht weg das heißt es ist eine frage jossi macht den zeichnen auf m 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 jetzt bin ich in seiner Trenn Halleluja weil ich doch die Faktor nach für die Einrichtung der Läden das ist sein wird das ist eine falsche die Welt war bestens noch zwei Stück wir sind jetzt reißen muss uns reißen was ist das heiße verpistet was wir haben ich mal gesehen meine fresse ich kann es sein wieso bin ich jetzt in der kaputt heißt es ist nicht mehr so es ist nicht schön das ist nicht schön er kann lustig an drei stunden fahrt aus zu machen wir nehmen wir nehmen uns jetzt hier die bälle und los geht's so was machen die Fakten und die Karte oben ab wenn das den Rundharten hinter okay das lässt und das bringen wir hier rein heiderts gehe 2 grad für die völliger Steuerung es tut mir leid aber es musste jetzt haben wir noch vier Wölkernolle, die wir jetzt wirklich gewusst und gut gehabt äh nur hallo bin zu eigentlich draufgesprungen aber was geht doch nicht die wir jetzt wie gesagt bewusst und gehafte auflösen sollten eine Stelle davon an jetzt hier so let's boah was ist das denn ich hab nur ein Wölkern hier ging auch was 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 gehen jetzt denn alle hier auf mich halleluja es geht weiter hoffentlich geht es mit wegpunkt mit der flag weil ich brauche neue leben sonst bin ich weg ach seite okay ja doch hätte mich gerade werdet alles sehr schön aber wo geht es jetzt weiter haben das heiße so was erst mal mehr wolle er braucht man und hoffentlich kommt jetzt die mit welchen halleluja erst was wir ein neues Leben holen nein nein ist voll in die macht und ich gerade das level schon wieder von vorne ach scheiße das war so derbe unertig gerade das war mir so klar dass wir so eine size falle einbauen ich bekomme das große kotzen das 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 sehr schön und dann holt man es hier ist eben noch mal reißen ist wolle vor den und jetzt bevor es den boss kampf dann auch beendet und dann ich weiß nicht pastor parten weil es beginnt bald die nintendo präsentation wenn ihr seht dann muss ich hatte vorbereiten ist er da war weil ich ihn sei es hoch diese kuba geht weg nein hoch okay es waren da sind laufen und den dingern sehr schön so jetzt kommt der bosskampf ärmel hochkrampeln los geht's da muss jetzt sitzen hoffentlich tut das auch ach damit die schon wieder denkst du du kannst meine pläne das kreuzen jetzt ist aber es los knutberg macht den jossi platt der geke die fette lümmel es ist total wenig ich dachte ich muss dagegen springen das erste oder was her wie geht das wie kann ich den besiegen die ich kann nichts ich kann nicht fressen und nix was kann ich das kleine joss jetzt gegen diesen fahrzeug machen gar nix weil ich praktisch wenn ich drauf springen und gar nix gar nix das nützt alles nix wie besiegt man denn ich kapier es nicht sorry weil er geht ja offensichtlich nicht das ist grad sonst heiß das kann nicht sein so wie macht man den wegsatzplatz das ja wie soll man denn auf sowas drauf kommen ich muss denn irgendwie kitzeln ich habe keine ahnung wie irgendwie an der nase kitzeln ich weiß noch nicht wie das geht irgendwie muss es gehen ich weiß es nicht ich habe ich habe ich weiß es nicht ich kann es nicht auch nicht du wichser raus bringt es bringt du ich kann anwesend Kindergartenkind, aber... Ach, scheiße, ich weiß, aber es... Oh, hier ist es... Jetzt hat er... Scheiße. Komm wieder runter! Ich muss nicht bekämpfen, manche Mann. Vor allem, das machen muss man sich normalerweise berühren. Herzlich dieses Super-Item. Wer ist jetzt auch dran? Wobei, wir haben ja einfach nur jedes vierte Mal das... Andockt. Die Anamale erkennt ihr das einfach nicht. Das ist doch auch nochmal, scheiße, dieser Super-Coop-Ball. Bleib doch mal liegen, dann kann ich das ficken. Das heißt, der Livestream beginnt gleich und ich will die Kaki, weil ich hier nicht weiterkomme. Ich möchte es jetzt fertig machen, du... Voll in die... Wieso wird das hier erkannt? Ich tue mal die ganze Zeit mit der Size-Hunger. Und nix wird hier reaktiert in diesem Size-Spiel. Nix funktioniert hier. Das ist jetzt wohl der größte Bullshit der Welt. Das ist ein Vollidiot. Wenn ich es eh nur fliegen sehe. Wie behindert ist der eigentlich? Ich kann den hier nicht... Ich kann hier mit der Summe nix machen. Wieso kann ich das nicht? Wieso? Ja, verdicht dich doch einfach. So, Leute, ich pisste da gerade so derbe an, der Typ. Ich bin sehr im Ausraster wie... ...dein Part gestern, weil ich den Livestream aufgenommen habe jetzt hier. Setzt dich hin! Das ist doch nicht schön. Wie, wie sollst du das nicht machen? Wie macht man das? Was habe ich hier jetzt gedrückt? Ich weiß kein Mensch. Jetzt wird er nochmal eine Stufe aggressiver. Jaja, komm einfach bloß auf die Erde auf. Das ist immer petto. Das ist doch nicht schön. Das liegt jetzt wieder wie schon eine Behinderte. Biene, die dreimal hintereinander gestochen wurde. Das ist doch nicht schön. das kann wenigstens lassen das ist schön so und jetzt ist es so wie zu bühnen wie das weiß kann man in der zeit gar nicht da ist es wieder sehr schön da kann ich denn es auch prima erwischen dass wir vielleicht wieder nicht ganz gut gehört hat das mikro war nicht so gut eingestellt die sollte jetzt den oben sein so wenn du aber wieder runter kommen würde ich wäre es sehr schön diese kann ich denn ich sehe nicht das heißt es geht dort wird wieder alles viel zu lang der erste geht einfach durch deine luft die drei Sekunden auf dem boden ist kann ich nicht nur das heißt ich laufe erwissen ich kann es nicht ich bin nicht in der lage dafür vielleicht gibt es irgendwelche superkinder die das können aber ich kann es definitiv nicht ne ich leckte die ganze zeit nach ihnen es hilft aber nichts ich sehe dass er selbst ich bin wirklich kurz vorhin ausrasten du wixer kind nein das kann nicht sein dieses spiel bringt mich erst an meine grenzen obwohl es ein zeit anfänger ist endlich spring das hier endlich ist dieser fette arschloch weg halleluja das war meine sache ich sag zu euch leute so sehr schön wir haben eine kacke ist ja auch beendet halleluja ja ist so absehend ist ganz rasant von euch leute danke für susan von dem part ich muss schauen in den nächsten part kommen wir sagen uns noch das nächste level muss mal schauen wie ich das hand habe danke für susan liebe leute es war aus jeden fall nächstes mal geht weiter mit welt 4 2 5 4 5 persönlich macht's gut bis zum nächsten mal und hau ja